Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Freundschaft und Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Die Unbeugsamen 2. Mit dem schönen Untertitel Guten Morgen, ihr Schönen. Ich sage auch Guten Morgen an euch da draußen und Guten Morgen an Lida. Hallo Lida. Ja, guten Morgen, du Schöner. Oder guten Abend. Denn es ist ja schon bald 10, jetzt wo wir diesen Podcast aufnehmen. Ja, deswegen sind wir hier die ganze Illusion, egal ob Film oder nicht, zu zerstören. Das ist unsere Aufgabe, das machen wir. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier bei Die Unbeugsamen 2 zu sagen haben, der am 29. August in die deutschen Kinos kommt. Das ist der neue Dokumentarfilm von Thorsten Körner, der auch den ersten Teil schon inszenierte, den ich nicht gesehen habe. Hast du ihn gesehen? Ja, habe ihn aber auch nur noch irgendwie dunkel in Erinnerung. Der hat bei mir nicht so ein... Also, ich weiß auch, dass ich diese Doku durchaus solide fand. Das ist jetzt kein Geheimnis. Aber der hat bei mir nicht so einen massiven Eindruck hinterlassen. Aber gesehen habe ich ihn. Und ich kann noch sagen, worum es geht. Der ist nämlich so eine Art Pedant zu diesem Film, der sich, also die Unbeugsamen 2, nun um die Frage der Gleichberechtigung, gerade auf beruflicher und auch politischer Ebene in der DDR, dreht. Während der erste Teil die berufliche Gleichberechtigung und den Kampf darum, der Frauen, besonders derer, die auch politische Positionen anstrebten, in der BRD beleuchtete. Insbesondere in der BRD, in der eben in der Zeit, die oft als Bonner Republik bezeichnet wird, nämlich vor der Wiedervereinigung. Vom Nachkriegsdeutschland bis zum Punkt der Wiedervereinigung. Im Grunde kann man es glaube ich sagen, dass die Unbeugsamen 2 so ein, um es jetzt ganz böse zu sagen, Dokumentarfilm von der Stange ist. Das heißt, wir bekommen Archivaufnahmen und wir bekommen vor allem Talking Heads. Viele Frauen kommen zu Wort, die halt eben damals in der DDR ihre, in Anführungszeichen, Karriere begonnen haben. Es gibt aber auch Frauen, die erzählen, wie zum Beispiel ihre, es gibt eine Frau, deren Mutter war Künstlerin, die halt eben unter dem DDR-Regime zu leiden hatte und so erstellte Regisseur Thorsten Körner, ich würde sagen, so eine Art Mosaik und ich kam dann aus diesem Film raus und dachte mir, okay, also ich möchte nicht sagen, dass die DDR das bessere Land als Deutschland war, aber ich hatte schon so das Gefühl, es ist so in Sachen Gleichberechtigung und Feminismus war die DDR vielleicht damals schon besser aufgestellt als die Bundesrepublik. Wie siehst du das? Absolut. Das durchzog sich durch alle Ebenen. Nicht nur standen Frauen wesentlich mehr Berufe, insbesondere auch Berufe in der Industrie oder in höheren Positionen und technisch affinen Berufen in Medizin, Chemie, die ganzen Naturwissenschaften, die ja oft als Männerdomäne vollkommen besetzt sind und für Frauen lange Zeit unzugänglich waren und selbst heute noch eine extrem niedrige Frauenquote oft vorweisen, obwohl, fun fact, genauso viele Mädchen im Schnitt die technisch affinen Berufe anstreben und studieren und naturwissenschaftlich geprägte Felder wie Jungen. Aber wenn es dann tatsächlich an die berufliche Ausübung geht, verändert sich die Quote radikal, was also deutlich macht, wie schwer es bis heute ist, in diese Domänen vorzudringen. Da war die DDR besser dran, absolut auch die ganze Art, wie der DDR-Staat aufgebaut war. Zum Beispiel das sowas wie frei zu bekommen, wenn das Kind krank war in der DDR, war das selbstverständlich im Westen für berufstätige Frauen ein Riesenproblem. Auch solche Dinge wie zum Beispiel Familienplanung von Verhütung bis zum Schwangerschaftsabbruch. In der DDR war der Schwangerschaftsabbruch absolut legal, war auch nicht schwer zu erreichen. Es reichte einfach wirklich hinzugehen, zu sagen, ich möchte das nicht, bumm, Schwangerschaftsabbruch, kein Problem. In Westdeutschland und übrigens auch heute noch hier in der BRD ist Schwangerschaftsabbruch illegal. Wenn ihr jetzt sagt, Moment, was ist doch möglich? Ja, das ist eine medizinische Ausnahmeregelung, die dann gefällt wird, wo gesagt wird, aufgrund des psychisch-mentalen Schadens, der der Mutter zugefügt werden würde, wenn sie das Kind nicht möchte, wird es genehmigt, den Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Aber im Gesetzbuch selber steht, Schwangerschaftsabbruch ist nicht erlaubt, ist verboten in Deutschland. Ja, Überraschung. Also einer von vielen Punkten, kleiner Abschweif war hier von der politisch radikalisierten Lieder, aber um zum Filz zurückzukommen, also auf vielen Gebieten, sei es sowas wie selbstständige Kontoführung oder berufliche Unabhängigkeit, war die DDR massiv besser aufgestellt. Auch die Rente zum Beispiel gleich weitgehend gleichberechtigt für Männer und Frauen, während in der DDR im Westen Frauen eine höhere Rente dafür bekommen haben und bekommen, dass sie Witwe oder geschiedene Frau sind, als dass sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Das muss man sich mal reinziehen. Ohne es böse, ich komme nochmal auf das Thema dieses Schwangerschaftsabbruchs zurück. Ich fand es aber auch total spannend, dass ja dann einer von diesen Trockenherz, ich tue mir leid, es sind echt viele Namen, die da in dieser Doku auftauchen, da er meinte, dass es ja letztlich aber auch nur von der DDR-Oberen halt durchgesetzt wurde, weil es ja irgendwie in der BRD dann auch schon irgendwie so eine Diskussion gab, ob es dieses Gesetz geben soll oder verabschiedet werden soll, dass das ermöglicht gemacht ist. Das fand ich ganz interessant, weil die Doku auch ganz klar sagt, okay, die DDR war in Sachen Feminismus, Gleichberechtigung nenn es, wie du willst, schon durchaus besser aufgestellt als die BRD, aber es war auch nicht alles Gold, was glänzt. Das finde ich, wird recht gut herausgearbeitet. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, also wenn da irgendeine Frau erzählt, wie sie halt eben ihre Karriere macht in so einem Stahlwerk, glaube ich, war es, das ist schon, das hätte man sich, glaube ich, 1960, 70 in der BRD gar nicht vorstellen können, dass da eine Frau einfach mal in so einem Männerberuf, sage ich mal, wie in einer Schweißbrennerin arbeitet, ne? Absolut. Und das hatte natürlich in der DDR jetzt nicht einfach nur so einen idealistischen Hintergrund, dass sie gesagt haben, oh, wir wollen hier jetzt so sehr für das Recht der Frau kämpfen, obwohl das natürlich im Sozialismus ein wesentlich, also es war ein zentraler Punkt der Sozialismus, Gleichberechtigung, nicht nur für das Klassensystem, sondern auch für die Geschlechter. Während das eben im kapitalistischen System, das war immer patriarchalisch aufgestellt, also da gibt es schon einen konkreten ideologischen Unterschied, aber das, was in der DDR eben Praxis, was du beschrieben hast, dass auch viele Frauen in diesen schwerst physischen Berufen präsent waren, das hat da eben auch einen ganz konkreten Grund, der in der Doku benannt wird von einer, der interviewten, nämlich, dass die einen Arbeitermangel hatten. Die brauchten die Frauen, die brauchten Leute auch in den Betrieben und hätten die einfach mal gesagt, jetzt verzichten wir auf 50 Prozent ihrer Arbeitskraft, das wäre gar nicht möglich gewesen. Das war ja auch ähnlich die Situation zum Beispiel in der Kriegszeit als auch, das war ja vor der Teilung, also als in ganz Deutschland Frauen in die Produktion gingen, in die Betriebe und die klassischen Männerberufe ergriffen, weil die Männer einfach mal nicht davon, man sagt, okay, wir können jetzt hier aber nicht einfach die ganze Produktion still liegen und dann auf einmal denen aufgefallen ist, oh, Frauen können ja doch an einem Hebel stehen und den ziehen oder einen Knopf drücken, ist ja, wer hätte das gedacht. Ich finde, die Doku macht das echt gut, also zum einen hat sie einen unglaublich Unterhaltungswert, nicht weil sie besonders toll inszeniert worden ist, sondern einfach, weil da eben Frauen vor der Kamera sitzen, die einfach unglaublich interessante und auch teilweise spannende Geschichten zu erzählen haben, also ich erwähnte ja schon diese Künstlerin, ich habe jetzt ihren Namen rausgefunden, Anne Mürrl-Bauer, die kurz vor dem Mauerfall im August 89 an einem Krebslein gestorben ist und deren ihre Tochter Amrei erzählt halt davon, wie diese Künstlerin halt wirklich versucht hat, in der DDR durchzukommen, weil es gab ja in der DDR keine Arbeitslosigkeit, das Hust, Hust, Lach, Lach, aber wie sie diese Anne Mürrl-Bauer für ihre Kunst halt kämpfen musste und wie das auch mit dazu geführt hat, wie dann nachher, also sie, also die Stasi hat halt so ein bisschen, was ist ein bisschen, ist ja auch übertrieben, die Stasi hat sie halt kaputt gemacht. Also in diesen Stasi-Berichten steht ja natürlich so dieses widerliche Wort Zersetzung, ja, und dann denkst du dir auch so, ach fuck, diese arme Mensch, was sie durchmachen musste und die, das sind so Momente, die diese Dokumentation echt gut herausarbeitet und das ist, also ich mag es, wenn eine Dokumentation mir was beibringt, ohne dass es sich anfühlt, wie das mir das beigebracht wird, wenn es so organisch sich ergibt und ich saß am Ende wirklich da und ich dachte, also ich, man kann es ja kaum in Worte fassen, was teilweise diese armen Menschen durchmachen muss, ohne jetzt aber die DDR so zu als, als, als Schurkenstaat oder als, ach, des absolut Bösen zu positionieren, das wird ja auch nicht gemacht. Ich finde, das macht die Doku echt ganz gut, dass ich als, in Anführungszeichen, Wessi da sitze und dachte, wow, und gleichzeitig mir auch wirklich denke, wow, nicht nur die ganzen Geschichten und auch wow, was diese Frauen geleistet haben und was sie durchgemacht haben und was sie alles, in Anführungszeichen, erleiden mussten. Absolut, die sind zahlreiche pointierte, amüsante, aber eben auch oft bissig sarkastische Interviews drin, die zeigen, dass in der Praxis oft das Berufliche bedeutete, die Frauen mussten beides, von früh bis spät im Job ackern und wir haben ja eben schon erwähnt, das waren jetzt auch nicht nur irgendwie so Berufe wie im Büro sitzen, das waren auch richtig harte Berufe, die physisch extrem fordernd waren. Dann, weil DDR ging es danach, dann vielleicht noch den Einkauf machen, was hieß, in drei Geschäften erstmal eine Stunde anstehen, denn es war ja eben oft so in der DDR, wenn bestimmte Produkte wieder mal in Mangel waren, musste man lange warten, es gab nicht alles, man musste mitunter in mehrere Läden gehen, um die Dinge, die man wollte oder zu besorgen und improvisieren, dann nach Hause und sich vielleicht um zwei, drei Kinder kümmern und dann am besten auch noch einen Mann, wenn er da war. Manche der Frauen sind auch alleinerziehend, weil kein Partner präsent, denn mitunter hatte der Mann dann auch ein Problem, damit eine berufstätige Frau zu haben, die abends K.O. ist und keine Zeit mehr hat, sich um ihn zu kümmern und es ist durchaus amüsant, wenn sehr deutlich durchzublicken ist in einigen der Interviews, was mit um den Mann kümmern gemeint ist. Also wenn die Frau abends einfach müde ist und dann vielleicht noch für den Mann mitkochen, so sah es aus und da kann man sich ja überlegen, wie viel Raum da bleibt für sowas wie Schlaf, Freizeit, Entspannung, ist ja gar nicht möglich. Ich fand auch diese eine Geschichte wirklich, also witzig, obwohl sie gar nicht so witzig ist. Es gibt diese Musikerin, diese Rockmusikerin Tina Poveleit, die halt erzählt, dass sie ein Haus irgendwie gekauft hat mit ihrem, war es damals Freund oder Ehemann, so vor der Wende, kurz vorher, irgendwie das wurde festgezogen, nach der Wende wurde aber dann erst die Unterschrift dann verlangt und dass es dann so war, dass sie aber, als es dann die DDR zur BRD wurde, dass erst der Mann unterschreiben durfte oder musste und erst sie. Das war eine sehr amüsante Geschichte irgendwie. Was heißt amüsant ist jetzt das falsche Wort, weil eigentlich denkt man sich halt schon, warum ist das wichtig, dass erst der Mann unterschreibt, ist auch scheißegal, wenn die beide sich dieses Haus kaufen oder sie hauptsächlich auch, glaube ich, diejenige ist, die das finanziert. Aber gut, solche Kleinigkeiten, solche Sachen sind halt voll, also, nein, anders ausgedrückt, solche Geschichten gibt es halt jede Menge in dieser Dokumentation. Sie hat sowas, sowas Anekdotisches, das hat mir echt gefallen. Also ich habe den ersten Teilen, wie gesagt, nicht gesehen und du hast ja, glaube ich, auch gesagt so, ja, so viel ist nicht hängen geblieben, aber ich habe das Gefühl, bei die unburgsamen zwei, werde ich mir dann doch viel behalten. Ich denke, es lohnt sich auch, den ersten Teil dazu als quasi Pendant anzusehen. Ich denke, es liegt vor allem auch daran, dass die westliche Perspektive eben wie bei so vielen geschichtlichen Aspekten weit stärker beleuchtet ist als die im Osten. Das ist eben oft ein blinder Fleck und ich denke, es liegt auch daran, dass diese BRD-konservative Biederkeit heute in der Gesellschaft stärker vertreten ist als sozialistische Ideale, leider und dass viele Leute eben auch einfach bis heute nicht zugeben wollen, dass diese Aspekte des Systems vordergründig auch besser waren. Ich denke, das Traurige ist, dass wenn es Leute gibt, die sagen, ja, das und das war in der DDR besser, dann sind es leider oft die falschen Aspekte, die sich zurückwünschen, wie die Mauer, die war nämlich nicht so toll, ja. Raumtrenner, sagen wir einfach Raumtrenner. Genau, der Paravent, der politische Paravent. Der sozialistische Paravent, ja. Trotzdem möchte ich aber auch einige kritische Aspekte in diesem Film, also in dieser Dokumentation, die ich erst heute gesehen habe, und jetzt rede ich wieder vom zweiten Teil, anmerken, und die mir durchaus übel aufgestoßen sind. Und zum einen ist das hier nämlich diese verengte soziale Perspektive. Wir haben hier alle Frauen nur aus der Mittelschicht. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, aber es war doch DDR, da gab es doch gar kein Klassensystem mehr. Natürlich gab es das auch noch in der DDR. Und das wäre ein ganz eng mit dem Thema verwebtes Motiv gewesen, dass nämlich nicht einfach nur sowas wie patriarchalische Gesellschaftsstrukturen oder Chauvinismus sich mit einem Fingerschnipsen abschaffen lässt, sondern dass auch ein Klassensystem nicht einfach so überwunden wird, weil man sich hinstellt und sagt, so, das haben wir jetzt von heute an nicht mehr. Natürlich gab es Leute, die mehr verdient haben und Leute, die weniger verdient hatten. Leute, die bessere Chancen hatten und Leute, die zum Beispiel, weil sie politisch auffällig, unliebsam, suspekt waren, ob tatsächlich oder nur eingebildet, weniger Chancen hatten. Und wie sich das ausgewirkt hat, sehen wir überhaupt nicht. Alle Frauen, die hier zu Wort kommen, sind nach meinem Eindruck aus der unteren und oberen Mittelschicht relativ gut eingebunden. Keine kommt da aus der ganz unteren Arbeiterschicht und muss sich nur massiv durchbeißen. Davon sehen wir gar nichts. Und wir haben hier auch ein völlig heteronormatives Weltbild. Wir sehen praktisch nur Frauen, die einen oder mehrere Männer hatten und Kinder hatten. Aber wie es zum Beispiel um Singelfrauen stand oder wie es um queere Frauen stand und kleine Erinnerungen, was auch besser war in der DDR, in der DDR war homosexuelle, queere Partnerschaften zu haben, legal, Paragraph 45 ersatzlos abgeschafft, gestrichen aus dem Gesetzbuch. Im Westen ist man dafür noch ins Gefängnis gekommen. Also wäre es ja wirklich interessant gewesen, jetzt hier zumindest ein oder zwei queere Figuren zu präsentieren und zu sagen, konntest du das offen leben in deinem Job oder hätte es dir politisch geschadet? Wie sah deren finanzielle Realität aus? Das sehen wir wieder nicht. Was halt auch ein bisschen fehlt, ist, dass du eigentlich nur Frauen vor der Kamera da stehen hast, die es auch immer in Anführungszeichen geschafft haben. Du hast selten Geschichten, wo dann erzählt wird, ich habe es nicht geschafft, weil das System mich nicht gelassen hat. Es ist Ende. Also die meisten Geschichten haben immer so ein Ja und dann war ich siegreich. Das ist okay. Das ist schön, dass man sich auch darauf fokussiert, dass es auch Kämpfe gibt, wo man siegreich rausgeht. Aber das möchte ich auch sagen, mir fehlte auch irgendwie so eine Perspektive einer Person, die eben da sitzt und sagt, Leute, ich habe es halt versucht, aber ich habe es nicht geschafft und das ist nicht schlimm. Genau, das wäre eben, wie du sagst, ein ganz entscheidender Aspekt gewesen, die Leute zu zeigen, die sagen, ich bin gegen Mauern gelaufen. Ich konnte diese oder jene Hürden nicht überwinden. Es gibt ja oft die sogenannte Glass Ceiling, diese Glasdecke und eine unsichtbare Mauer, die die Leute, und das sind, damit meine ich eben Frauen, aber unter bestimmten anderen Konditionen, zum Beispiel auch People of Color oder Queer Menschen oder Leute, die aus irgendeinem Grund eben nicht gewollt sind, unten hält, dass man nicht weiterkommt, weil man einer bestimmten Gruppe angehört und nicht weiterkommen soll. Und das wären eben auch die ganz entscheidenden Geschichten gewesen, dass man nicht nur sieht, oh, da gab es Probleme, aber man konnte sie überwinden, dass man sieht, nee, da ist derer und der und der, deren Leben oder deren Karrierewunsch, deren Träume, sind einfach nur mal kaputt gegangen, weil es nicht weiterging. Ich finde auch dann, dass es da einige starke Szenen durchaus gibt, etwa wenn wir da eine Frau, die scheinbar ihren Traumberuf erreicht hat, zumindest nach eigener Aussage, sie wollte einfach nur Kassiererin werden und das hat sie geschafft. Und das ist ja auch eigentlich eine schöne Sache, wenn jemand sagt, ich möchte einfach diesen schlichten Job haben, das ist mein Glück. Aber sie hat eben auch das Pech, da sechs Kinder zu haben und man merkt wirklich, als sie dann gefragt wird, sind sie glücklich, dass das nicht der Fall ist. Und das sind eben Szenen, die einem wirklich ans Herz gehen, wo man wirklich sieht, wie schlimm diese Realität war, wie frustrierend und wirklich mental zerstörend das ist, wenn man einfach immer nur in diesem Arbeitstrott lebt, auch wenn einem materiell ökonomisch nichts Fundamentales mangelt, dass der Mangel an Erfüllung, an Anerkennung gesellschaftlich, an Sinnhaftigkeit einfach vollkommen zerstörend sein kann. Die gleiche Frau, die dann auch später gezeigt wird, die dann quasi so ein bisschen halt in den Ruhestand gezwungen wird, sag ich mal. Und die dann da sitzt und erzählt und so mit einem gewissen Stolz ihre ganzen Abzeichen und Medaillen zeigt, die sie dann vom sozialistischen System bekommen hat und dann aber auch irgendwie relativ klar macht mit ihrer Ausdrucksweise, wie wertlos das eigentlich letztlich ist, was da vor ihr steht. Dass sie quasi jetzt geackert hat für Dekaden ihres Lebens und am Ende hat sie rausbekommen ja so ein paar alte Stücke Metall, die sie sich halt irgendwie an die Bluse heften kann, aber wirklich was wert ist das halt eben nicht. Das war mit einer der stärksten Szenen, die die Dokumentation für mich bereitgehalten hat, muss ich sagen. Es gibt definitiv viele starke Szenen und es gibt starke Songs, unter anderem von Silly, die wir, also eine DDR-Band, besonders bekannt durch die relativ früh verstorbene Sängerin Tamara Dunst. Sie hatte Krebs und wurde, glaube ich, nur 40, 41 Jahre alt, also nicht sehr jung, aber auch nicht wirklich alt. Und das Bezeichnende für mich ist, dass in einigen dieser Songs einfach mehr drinsteckt, als die ganze Doku zu sagen schafft von der Realität der Frauen in der DDR. Was übrigens auch ein Grund war, dass Silly immer politisch sehr, ja, sehr am Rand des Erlaubsten sich bewegte in der DDR, eben weil die Regierung, die Öffentlichkeit nicht wollte, dass dieses Bild der DDR, wo es um Frust ging, wo es um Enttäuschung ging, wo es um Menschen am sozialen Rand ging, wo es auch zum Beispiel solche Sachen ging, die es offiziell nicht gab in der DDR, wie Drogensucht oder Sexarbeit, dass das nicht genehm war. Also ein sehenswerter Film, der durch seine Interviews, durch die starken Protagonistinnen besticht, aber durchaus Probleme hat. Und es ist auch bezeichnend, dass dieser Film eben von einem Mann gemacht ist. Und da frage ich mich wirklich, gab es keine Frau, die sich je für dieses Thema interessiert hat? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Und das zeigt ja eben gerade genau, wo das Problem immer noch besteht, dass sonst letztendlich hier die Frauengeschichte mansplained wird und man sich fragt, warum gab es denn keine Regisseurin, die hätte diesen Film drehen können? Die Antwort liegt ja auf der Hand. Okay. Für mich zumindest. Natürlich, dass bestimmt viele Frauen und Regisseurinnen dieses Thema gern angeschnitten hätten. Aber dann hieß es wahrscheinlich immer, oh, das interessiert keinen. Und wenn ein Mann da damit ankommt, heißt es ja, ist ja super, du bist ja so ein Feminist, dann machen wir sofort einen Film draus. Hier hast du die Produktionsgelder. Kann ich nicht zu sagen. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund passiert ist. Ich weiß halt nur, dass das, glaube ich, thematisch zu seiner Vorgänger-Doku passt, die ich nicht gesehen habe. Und wie gesagt, diese Frage, die berechtigt ist, habe ich mir persönlich als Mann nicht gestellt. Ich kann nur sagen, die Doku hat mir gefallen. Also ich bin da ohne Erwartung reingegangen. Ich wusste ehrlicherweise auch gar nicht, worum es geht und fand nicht alles prima. Also diese Leerstellen, gerade halt eben, wenn es um das Klassensystem geht, das ist mir auch aufgefallen. Mir ist auch aufgefallen, dass letztlich da auch nur in Anführungszeichen halt Siegerinnen auf dem Platz gestanden haben. Aber es gab einen für mich guten Blick darauf, dass halt, was er der Film erzählen wollte, nämlich halt eben über diese Frauen. Und gerade bei dieser Künstlerin, dieser Amrei Bauer, habe ich mich danach noch ein bisschen schlau drum gemacht. Und das war eine sehr interessante Frau. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ansonsten würde ich jetzt zu so einem Fazit kommen. Auf zum Fazit. Gut, dann fange ich an. Ich habe ja gerade eigentlich schon mein Fazit gegeben. Deswegen, ja, ich würde den Film empfehlen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, passt zur DDR genauso wie zu dieser Dokumentation. Aber ich hatte damit eine gute Zeit. Und sie hat mir, wie gesagt, was beigebracht und mich dabei noch unterhalten. Und ich bin ein einfacher Geist. Mehr braucht es manchmal nicht, um mich glücklich zu stimmen. Deswegen kam ich da mit einem sehr guten Gefühl und einer sehr guten Meinung aus diesem Film raus. Lida, dein Fazit bitte. Im Prinzip habe ich es schon gesagt. Der Film wird getragen durch starke Protagonistinnen. Wir haben prägnante Anekdoten, systemkritische Analysen und einfach wirklich treffende, bewegende Lebensgeschichten. Wir haben auch einen super Soundtrack. Also ich sage es jetzt nochmal, silly, vielleicht nicht die coolste Band aller Zeiten, aber ein paar von deren Songs zeigen einfach wirklich, wie es damals in der DDR war und geben einen guten Ton an und eine Doku, die ihr euch genauso wie deren ersten Teil definitiv ansehen könnt, aber immer mit einem etwas kritischen Blick. Dann sind wir hier mit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem auch unsere Webseite www.mino.com. Nochmal, www.tele-stammtisch.de. Außerdem auf Discord neuerdings, tele-stammtisch. Es ist echt viel mittlerweile. Also vielleicht könnten wir es so runterdampfen. Weißt du, früher hatte man so eine E-Mail-Adresse und gut ist, mittlerweile muss man ja irgendwie alles haben. Ach, ich werde alt, ich merke es schon. Ganz, ganz schlimm. Ich sag dir, wenn es so weitergeht, topiere ich mir die Haare hoch, färbe sie lila und nenne mich Margot Honecker. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lida. Dir gebe ich das letzte Wort. Macht's gut, Leute. Und wir hören uns wieder. Aber mal ehrlich, Lida-Haare würden mir stehen, oder? Absolut. Und es spricht wahrscheinlich für meine Egomanie, dass ich erst Lida-Haare verstanden habe. Ach so. Nein, nein, nein. Lila-Haare. Wie die gute alte Margot. Denn man kann über Margot Honecker viel sagen, aber sie war eine Stilikon. Ja, absolut. Gleich Titelfigur der Sibylle. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.